Tag allesamt, gehen wir in eine fixe Runde über Tore. Challenge Folge 15 ist angesagt, sind ein bisschen spät dran, also ziehen wir schnell durch. Was hatten der Jörg und ich denn in der Champions League Euro League? Der Jörg hatte genommen, genau wie ich, das Spiel. City gegen Brügge, 4 zu 1, 5 Buden. Dann auf Position hatten wir uns wieder geeinigt auf die Partie Bayern gegen Benfica. Es wurden sieben Treffer dort und ja, die Unterschiede hatten wir in der Euro League. Und Conference League, der Jörg hatte gewählt, die Partie Foxes gegen Spartak Moskau, ein 1 zu 1. Das war meine Chance, die habe ich genutzt. Conference League, Roma gegen Bode Glimmt, ein 2 zu 2. Ja, schon bemerkenswert die Norweger, effizient wie Sheriff Tiraspol, schöne Tore, ja nicht unverdient das Ding. Ja, ich glaube dann auch nicht unverdient, diese Runde gewonnen zu haben. 16 zu 14 hieß es dann am Ende somit und wir haben einen neuen Zwischenstand. Es steht wieder Remi, zwei Türchen aufgeholt auf den Jörg und ja, weiter so. Gut, den Bestwert dieser Runde, ja, 16 Treffer wurden geschlagen und zwar von Tiger21. Er hatte 17 Treffer und zwar hatte er die Partien, was hatte er denn, ja, die Bayern auch, City auch und die Spurs gegen Vitesse. Ein 3 zu 2, ja, da sah es zur Halbzeit schon so aus, als könnte er den Uraltrekord hier vom Wettbaran. 21 Treffer gilt es dort zu schlagen, ja, irgendwie anpacken, aber dann, ja, mit einer gelb-roten Karte wurde es dann irgendwie schwierig. Dennoch Topwert, Glückwunschteiger und ja, weiter so. Ihr dürft dieses Mal natürlich auch alle gerne wieder mitmachen. Im angepinnten Kommentar, da ist Regelwerk, da unten Kommentarfelder. Ja, und jo, nächster Punkt, wie sieht es im Gesamtranking aus? Ja, alles relativ unverändert, der Luxemburger führt weiterhin, das Feld ist ein bisschen dichter aufeinander gekommen. Ja, spannend allemal. Gut, und jetzt gehen wir ins Wochenende und lassen den Jörg beginnen. Ja, wir kommen zunächst noch in der Übertore-Challenge. Unter der Woche, Champions League war gut, EuroLeague war nicht so gut. Wenn der Havadi mehr in den Elfmeter reingeschossen hätte, wäre es besser gewesen. Aber manchmal ist halt nicht der Fall. Kommen wir zur Bundesliga, erstes Spiel, keine Überraschung. Bayern gegen Freiburg. Ich glaube, die Bayern werden trotzdem versuchen, also trotzdem sie auch international in der Champions League hochgespielt haben. Die haben immer noch die Scharte in der Bundesliga, müssen ja ausmerzen. Von daher, da wird noch einiges gehen. Kann man einfach nicht weglassen, die Bayern. So extrem offensiv stark, nah geht es mal wieder da, das sollte rund gehen. Zweites Spiel, interessanter. Ich habe zwischen zwei Spielen überlegt. Einmal Bundesliga, Leipzig gegen Dortmund. Da ist eben die Frage, wie gut ist Dortmund? Also wie gut schießt Dortmund Tore, wenn sie nicht den Haaland dabei haben? Der wird ja noch ein bisschen länger fehlen, beziehungsweise es wird noch länger so sein, dass er nicht voll einsatzbereit ist. Und das andere Spiel war zweite Liga. Karlsruhe gegen Hamburg. Karlsruhe fallen immer relativ viele Tore. Jetzt nicht so riesig viele, aber da geht es mal was los. Gerade gegen starke Mannschaften, die sich nicht hinten reinstellen. Ich glaube auch nicht, dass der Trainer lange noch in der zweiten Liga bleibt. Der wird sicherlich auch nochmal Chancen bekommen in der ersten Liga. Von daher glaube ich, das ist ein spannendes Spiel und dafür habe ich mich auch entschieden. Also Karlsruhe gegen Hamburg ist mein zweites Spiel. Und international gehe ich nach Italien und nehme Neapel gegen Hellas Verona. Hellas Verona gegen starke Mannschaften immer mit vielen Toren. Ja, in der Regel eher zu Hause mehr Tore, aber gegen starke Mannschaften auch auswärts. Napoli gut drauf. Ich glaube, da wird was passieren, sollte es rund gehen. Zumal Hellas Verona sich eben auch nicht richtig gut hinten reinstellen kann. Und das ist eigentlich für eine Mannschaft, die gegen starke Mannschaften immer ein Problem, beziehungsweise für die Über-Tore-Challenge eigentlich eher gut. Ja, das waren meine Spiele. Ich wünsche allen viel Erfolg beim Wetten und beim Tippen. Haut rein und wir sprechen uns. Macht's gut, ciao! So, gute, nachvollziehbare Auswahl. Ich weiß nicht, ob ich Neapel gegen Hellas unbedingt genommen hätte, aber gut, kann passieren. Neapel nach der Euroleague manchmal ja auch ein bisschen torärmer. Gut, meine Auswahl, ja, bei den Bayern sind wir uns mal wieder einig. Ja, ich habe mir die Partie da gegen Benfica nochmal im Detail angeschaut und wenn sie halt einmal ins Rollen kommen, tja, dann läuft's halt. Also es kann auch knapper werden. In den Bundesliga-Tipps könnt ihr hier oben in der Infokarte noch finden. Hatte ich ein 2 zu 1 genannt, aber ja, die Bayern muss man halt derzeit nehmen, weil wie gesagt, wenn die dann einmal richtig rollen und sich sagen, wat, dat ist die einzige deutsche Mannschaft hier, die eher ungeschlagen ist, die ballern wir weg. Ist ein Heimspiel, ist vor der Länderspielpause, ja, da geht's nochmal richtig rein. Gut, ja, ich vermute aber drei bis vier Treffer wird's da ungefähr geben. Dann die nächste Partie und da nehme ich Leipzig gegen den BVB. Ja, weil ich denke, Mahlen und Hazard sind, ja, durchaus frischer Kräfte und die werden da richtig Gas geben. Es ist RB-Trainer gegen RB-Trainer, also die beiden Echsen aus Salzburg. Das spricht doch eigentlich schon immer für Offensivfußball und viele Tore. Deswegen probiere ich das mit diesem Top-Spiel. Ja, Orban fehlt in der Abwehr bei Leipzig, deswegen könnte da Dortmund auch echt ein paar Mal durchstoßen. Die werden mit der Wut im Bauch vom Ajax-Spiel kommen und das könnte halt für Leipzig dann richtig schwierig werden. Klar, die werden auch ein Bütchen finden oder zwei, drei. Könnte halt wirklich ein richtig torreiches Spiel werden, Haaland hin oder her. Ich glaube, da ist richtig Wumms drin. Ja, gute Brisanz und da werden Tore fallen. Ob es so richtig viele werden, ja, zweifle ich so ein bisschen an. Aber es hat auch schon mal ohne Haaland geklappt, deswegen bin ich da einfach mal zuversichtlich und nehme das. International nehme ich auch zwei Teams mit wirklich sehr, sehr viel Wumms und das sind die Hammers, die spielen gegen Liverpool. Ja, Liverpool eigentlich in letzter Zeit immer eine Zwei-Tore-Garantie. Die konnten sich dann gegen Ende des Spiels gegen Atletico auch schön schonen. Firmino leider noch verloren, aber Jota, der ersetzt ihn ja immer ganz gut. Und die Hammers, ja, die haben in der Euroleague gespielt, 2-2. Nur, aber halt auch mit der B-Elf. Also das heißt, die Frische ist da für dieses Top-Spiel und ich glaube, das wird sehr intensiv, sehr interessant und sehe da mindestens drei Treffer. Klar, man kann auch noch das Manchester-Derby überlegen, aber ich tue mich ja immer schwer mit Derbys. Hätte aber eigentlich gedacht, der Jörg nimmt es. Gut, lassen wir alles mal so stehen und jetzt seid ihr gefragt, da unten sind Kommentarfelder und dann sehen wir uns bald schon wieder. Tschö!